Nein, ihr seht nicht falsch, ich bin nicht in einer, äh, ja, Deponia.exe-Version oder so'n Scheißerle, es ist nicht irgendwie jetzt eine Nachmache mit Horror. Es ist tatsächlich wieder die Müllpresse, aka Schrottpresse, aka was auch immer. Ich hab keinen Bock, ich weiß, dass es schief gehen wird, tut mir leid. Bitte, warte, was? Gibt's da irgendwie irgendwas, was ich hätte anders machen können? Ja. Hä? Aber ich schwör, das ist jetzt echt nicht irgendwie eine Echse. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt den Knopf einfach so drücke? Okay. Passiert also nichts. Tja. Hä? Was ist denn los, Leute? Will ich jetzt in einen Albtraum gefangen? Ja, danke. Hatten wir schon, kennen wir doch alle schon. Direkt wieder in das nächste Runde. Die ist doch irgendwas. Die ist doch irgendwas. Ach, der arme Rufus, Leute. Oder bin ich jetzt doch am Ende und hab hier jetzt einfach nur außer denen irgendwie ein Paar? Ja, das ist, müsst ihr mir dann sagen, weil, wenn ich jetzt hier 15 Minuten mich nur zerquetschen lasse. Weil ich glaube, es geht hier noch weiter. Okay, er hat ja auch mal mehr Wörter auf den Lippen. Ja, ja, ja. Wow! Das ist ja... Das ist ja... Hab ich mich grad verjacht. Aha! Warte mal, was? Ja, 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 ja. Das ist mir jetzt klar. Okay, entschuldigung. Das war dann jetzt... Ich entwickle gerade, glaube ich, einen Plan, Leute. Boah! Okay. Hmm. Okay, passiert gar nichts mehr. Warte, habe ich hier irgendwas zu beachten? Könnte sein, ne? Keine Ahnung. Oja, hab ich mich gerade verjagt. Oh, okay. Oh, 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 oh. Um, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Ouch. Also, definitiv böse. Das okay eventuell, das dahin und das vielleicht dahin, so. Und ja, sorry, wenn ich jetzt wieder ewig und drei Tage dran zaufe, aber hey, Leute. So ist das nun mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, dass ich das nach hinten packen muss. Und das dahin. So, einmal kurz die Lapp, sorry. Okay. Hm. Hm. Hm, hm, hm. dich zum schluss kann ich mir nicht vorstellen alter ist ja mal richtig aua also bei fünf dingern gibt es maximal 40 verschiedene kombinationen ich weiß es nicht habe ich hier noch irgendwas übersehen warte mal konsole nur angucken ach so ok schneeflocke versuche ich noch so warte was ist denn ich denn warte mal ich hab hab ich gar nicht drauf geachtet ob ich vielleicht selber was drücken kann aber ich kann da selber nicht drücken in dem bereich ok die augen schaffen ein bisschen unnötig warte mal alle was warte na prima rufus ist tot und in der höhe gelandet ok na dann alles was ihm jetzt noch bleibt ist mit hilfe der sicherung die reinfolge der dämonen station zu verenden so dass er in ein stück am ende das fließband ankommt aber was das jetzt noch bringt sollte gefällig das laser kann rufus nicht nur zersägen sondern auch wieder zusammen menschweißen wenn er eine feste konsistenz hat hm wenn er eine feste das könnte halt heißen dass wenn er gefroren ist dann darf er aber halt das könnte funktionieren also hoffe ich was es bringen soll keine ahnung es könnte aber funktionieren was ok merkt euch das erst die säge dann einfrieren, dann Feuer, dann Laser und dann die Bracebook-Keule. Alter! Wenn ihr es jetzt gesehen habt, ihr wisst Bescheid. Ich höre es bei mir. Nein, Spaß bei Seite. Ich gehe jetzt ins Licht. Da musste ich sowieso mal irgendwann hin. Alter. Ich bitte euch. Wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Huch! Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa? Ich bin gar nicht tot. Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Hey! Du! Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Oh, 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 ich muss alles mitnehmen direkt. Tut mir leid, wenn ich jetzt Tut mir leid, dass ich jetzt nur lange gebraucht habe, übrigens, by the way. Aber man kann ja nicht mit rechnen, ne? Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Okay. Okay. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Und das hier die... 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 Ein Hindernis nach dem anderen. Damit würde ich die Tür bestimmt auch irgendwie aufkriegen. Aber es wäre zu leicht. Es wäre einfach nicht... Ja, ja. Schon gut. Damit würde ich die Tür bestimmt auch irgendwie aufkriegen. Aber es wäre zu leicht. Es wäre einfach nicht brutal genug. Meine Güte, ist der angepisst. Das wird dadurch auch nicht leckerer. Damit würde ich die Tür bestimmt auch nicht. Aber es wäre zu leicht. Wenn das hier die... Wenn das hier... 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 Na gut, Leute. Ähm... Ja. Ich glaube, ich muss dazu jetzt nicht großartig mehr irgendwas... Was sagen. Ich glaube, der Rest erklärt sich selbst. Aber... Ja. Fett. Daran legen wir mal wieder... Was alles bei... Dem Ponyer passieren kann. Oh. Wir holen uns noch den Bad Bullschläger und dann mache ich auch erstmal Schluss. Übrigens, falls ich mich ein bisschen kränklich anhöre, dann könnte es daran liegen, dass ich halt im Moment derzeit mit Magenbeschwerden, AKH-Durchfall und alles mögliche Probleme habe. Also, bitte seid mir nicht allzu böse, falls ich irgendwie ein bisschen aggressiv oder so rübergekommen bin. Oder etwas seltsam. Oder, oder, oder. Notfalls einfach kurz... Ja. Ähm... Fett. Kann ich irgendwie... Das reinfüllen oder nicht? Was hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Ja, wo muss ich die denn reintun, aber... Na gut. Ich würde mal sagen, wir machen dann hier mal einen Stopp. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Haut rein. Und... Man hört sich. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.